Gut, jetzt haben wir ja schon einiges zu BIM gesagt. Fangen wir nochmal von vorne an. BIM, Building Information Modeling. Erstmal von der Übersetzung her. Building bedeutet nicht nur Gebäude, sondern Bauwerk. Das heißt, die BIM-Methode soll im kompletten Bauen eingesetzt werden. Auch Tunnelbau, Straßenbau, Schienenbau ist damit gemeint und abgedeckt. Information, das sind die Informationen. Da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die Informationen irgendwo hinterlegt werden und weitergegeben. Modeling ist der schwierigste Begriff dieser drei. Da gibt es nämlich vier verschiedene Definitionen. Einmal gibt es das Modell, an dem 3D-Modell, an dem gearbeitet wird. Dann der Prozess des Modellierens. Dann wird oft gesagt, Modeling ist ein Management, eine Management-Methode, um ein Bauwerk zu planen, zu bauen und zu betreiben. Und das vierte, Methode, das ist so mein Lieblingsbegriff, BIM ist eine Methode. Das macht es eigentlich am deutlichsten, um von diesem 3D-Modell etwas wegzukommen. Angefangen in Deutschland hat es 2015, da hat das Thema Fahrt aufgenommen. Interessanterweise durch den Verkehrsminister Dobrindt, der sich auf einmal das auf die Fahne geschrieben hat, dass da was passieren muss. Der hat einen Stufenplan aufgestellt. Bis 2020 sollen mehrere Projekte als Referenzprojekte gemacht werden. Im letzten Jahr waren es vier. Dieses Jahr kommen, glaube ich, 21 neue dazu. Und ab 2020 soll alles, was der Bund im Bereich Infrastruktur vergibt, mit BIM geplant werden. Das Bauministerium, der Hochbau, mit dem wir ja zu tun haben, hat so ein bisschen verschämt jetzt im Januar nachgezogen. Aber es hat vier Wochen gedauert, bis irgendeiner gemerkt hat, was die überhaupt gesagt haben. Nämlich, die haben gesagt, Geeignetheit der BIM-Methode ist zu prüfen bei Projekten über 5 Millionen brutto. Das heißt, das ist schon einiges an Kindergärten, Schulen. Das, was wir auch im Büro machen, sind wir also schnell bei einem Bauvolumen von 5 Millionen brutto. Das soll ab sofort geprüft werden. Aber deswegen meine ich verschämt und zurückhaltend, die sind noch gar nicht aufgestellt, wie sie es machen wollen. Also das heißt, auch die in den Ministerien sind etwas überrascht worden. Wobei man sagen muss, BIM ist eine Methode, die es seit 25 Jahren gibt. Es gibt viele Büros in Amerika, in Skandinavien, in England, die seit 20, 15 Jahren damit arbeiten. In England ist es Pflicht, in Holland, Holland ist weiter. Also viele Länder sind weiter als Deutschland. Die deutschsprachigen Länder hängen alle drei, vier, wenn man Luxemburg mit dazu nimmt, hängen noch deutlich hinterher. Worüber will ich jetzt gleich noch sprechen? Das ist aus diesem Stufenplan die Definition. Ich habe mal so ein paar Stichworte grün markiert. BIM ist eine kooperative Arbeitsmethodik. Es geht um die Modelle, es geht um den Lebenszyklus eines Bauwerks. Es geht um Informationen und Daten und dann wieder um eine transparente Kommunikation. Das, was ich eben schon gesagt hatte, erst digital, dann real bauen. Das wünsche ich mir als Arbeitsvorbereiter seit 30 Jahren mindestens, dass ich alle Informationen habe, dass ich erst digital planen kann, dass mich nicht der Holzbau anruft, gibt mir schon mal die Liste, wie viele OSB-Platten oder wie viele Firmazell oder sonst was muss ich bestellen, sondern wir können erst mal durchplanen und dann gehen wir in die Bestellung und in die Fertigung. Ist immer noch ein Traum, ist immer noch nicht realisiert. Das ist eine Kurve, die von McLeamy, einem amerikanischen Architekten, der seit 20 Jahren BIM in seinem Architekturbüro mit, ich glaube, er hat 400 Architekten, ziemlich konsequent umsetzt. Ein Unterschied zu Amerika und England ist, dass die ganz andere Strukturen des Bauens haben. In Amerika sind die Ingenieure und die Architekturbüros riesig. Die Bauunternehmer sind vergleichbar mit unseren GUs, mit ganz großen Bauunternehmen. Diese kleinteilige Struktur, die wir in Deutschland haben, die gibt es in anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern nicht. Es ist einfacher, wenn man mit weniger Schnittstellen arbeitet und deswegen hat sie sich da eher durchgesetzt. Für mich als Holzbauer ist es sowieso immer schon wichtig, dass wir nicht nach der traditionellen Methode arbeiten. Das heißt, die Werkplanung, der Architekt ist hier so in der höchsten Phase der Werkplanung und Ausschreibung. Gleichzeitig fängt der Maurer schon mal mit der Bodenplatte an. Das funktioniert ja auch in vielen Dingen. Aber im Holzbau muss ich an der Stelle wissen, wenn ich mit der Ausführung anfange, was ich eben schon sagte, welche Fenster werden eingebaut, wo kommt welches Kabel rein und Sanitärelemente, die in die Wandelemente eingebaut werden. Das heißt, wir haben immer schon das, was als Vorteil von BIM gedacht wird, die Planung abzuschließen oder vorzuziehen. Das brauchen wir im Holzbau eigentlich immer schon und deswegen bin ich auch zu dem Thema BIM gekommen, um das, was wir im Holzbau brauchen, verständlich den Architekten und den anderen Beteiligten verständlich zu machen. So, nochmal kurz zusammengefasst. Diese Information, Lebenszyklus, Information, Zusammenarbeit, Modelle, das sind diese vier Begriffe, die notwendig sind. Lebenszyklus. Das Planen und Bauen mit BIM bedeutet, dass wir vom Entwurf angefangen, links, über die Planung, Analyse, das, was wir eben hatten, was Sie meinten mit der Analyse, auf welcher Seite brauche ich welche Glasart, je nach Sonnenrichtung. Das ist eine Möglichkeit, wenn wir das alle an einem Modell arbeiten, dass wir das Modell durch verschiedene Simulationsprogramme laufen lassen können, um solche Entscheidungen treffen zu können. Dann Zeit- und Kostenplanung. Das, was wir im Holzbau immer schon berücksichtigen, ist die Fertigung, weil wir im Holzbau ja meistens eine Maschinenansteuerung mitmachen und die Fertigung in der Halle passiert und dann erst die Montage auf der Baustelle. Das, was für alle neu werden wird, ist die Dokumentation, nämlich nicht die Dokumentation, was wurde geplant, sondern die Dokumentation, was wurde gebaut. Ich als Holzbauplaner sage dem, also ich füge ja alles zusammen, was an externen Planungen oder Angaben zu mir kommt. Dann mache ich eine Planung, aber ob wirklich das Fenster eingebaut wurde, das weiß ich gar nicht, weil es kann sein, dass der Fensterlieferant plötzlich ein preiswerteres oder ein schöneres oder ein anderes genommen hat, was dieselben Größe hat. Es soll aber für die Bewirtschaftung und die Wertung später, soll die Dokumentation richtig sein. Das heißt, irgendjemand muss in dem 3D-Modell dann auch das wirklich Gebaute überarbeiten. Das wird eine Veränderung sein und den größten Nutzen, aber das wird noch ein paar Jahre dauern, haben die Betreiber. Nämlich die haben ein Modell, das heißt, die sehen in ihrem Modell, gucken die an, das Fenster hat ein Riss, dann ist auf dem Fenster ein QR-Code, dann geht man dann mit dem Handy dran und kann direkt die Bestellung des neuen Glases auslösen. So wird es in Zukunft sein, da muss man nicht mehr viel blättern, sondern es ist alles im Modell vorhanden. Den Lebenszyklus noch mal etwas anders dargestellt, nämlich auf der Zeitachse. Wir sind hier unten aktiv. Also 3% der gesamten Kosten ist ungefähr der gesamten Kosten über den Lebenszyklus des Gebäudes, ist in der Planung und inklusive Herstellung sind wir bei 20%. Das heißt, 80% der gesamten Kosten im Lebenszyklus des Gebäudes ist hinterher das Betreiben, das Bewirtschaften, das Heizen und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir vernünftige, dicke Strohhäuser bauen, Strohballenhäuser bauen und nicht 17,5er KS-Wände. Ein paar Begriffe werde ich Ihnen sagen, die im BIM immer wieder vorkommen, auch in den Werbungen vorkommen. 3D ist klar, bauen wir im Holzbau schon seit Jahrzehnten. 4D, dieser Begriff hat sich durchgesetzt, dass die Zeitschiene des Bauens mit eingeplant wird, auch im Modell wird simuliert, wie der Abbauablauf ist. 5D ist die Kostenplanung, 5D, da werden die Kosten mit ins Modell übernommen. 6D und 7D ist nicht ganz eindeutig. Das ist mal, also je nach Präsentation unterschiedlich, aber oft ist 6D die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und dann die Wartungs- und Betriebsinformationen und 7D ist dann entweder die Renovierung oder dann der letzte Punkt, Abriss und Entsorgung nach dem, was im Modell alles hinterlegt ist über die einzelnen Produkte. Bis jetzt ist die Information an einem Bauteil recht gering. Das heißt, wir sagen, die und die Tür mit dem und dem Glas und mit dem und der Füllung und so weiter wollen wir bestellen. Im 3D-Modell habe ich jetzt mal aufgelistet, was alles dann für eine Tür hinterlegt ist und das ist nicht vollständig, aber zum Beispiel, wo die Tür, in welchem Geschoss, in welchem Raum, in welcher genaue Lage festgelegt ist, wie groß die Fläche ist, Breite und Höhe, welche Schallschutzklasse, U-Wert, Einbruchsklasse, Gewährleistung, wann es eingebaut wurde, mit welchen Kosten es eingebaut wurde. Unten habe ich noch weitere mögliche aufgeführt. Das heißt, alle Informationen, die an einem Element möglich sind, hängen an diesem Element im 3D-Modell. So ist die Idee. Und alle, die zum Beispiel hinterher das betreiben, die können das auch wieder nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das komplette 3D-Modell habe und möchte den Fensterputzer ausschreiben, für das spätere Betreiben, dann ziehe ich alle Glas, alle Glasflächen raus und alle Ränder raus und habe innerhalb von 5 Minuten meine Ausschreibung für den Fensterputzer und habe direkt eine Quadratmeter genaue Berechnung. Ja? Komme ich später zu. Da geht es einmal um Schnittstellen. Es gibt viele Programme, die das zum Teil leisten. Also das ist das, was als Idee dahinter steckt. Es gibt einige wenige Programme, die das schon umsetzen. Das sage ich gleich nochmal. Das heißt, also ich habe ja bei so einem Fenster meine Dichtung, meine Abklebung usw. einfach fließt das in diese Modelle mit ein, zwecks späterer Konkretation. Es gibt... Oder geht es noch nicht so weit? Im Moment geht es noch nicht so weit, wobei im Prinzip ist es ein offenes System. Das, was ich hinterlegen möchte, kann ich hinterlegen oder ich komme gleich noch dazu, wie es... Wie die... Welche Vereinbarung zwischen den Beteiligten getroffen ist, wie weit man in der Dokumentation gehen soll. Also das... Zunächst ist es Theorie und der Rest ist Vereinbarung. Das ist ein Beispiel... Gerade ein Bild hat sich gerade nicht geöffnet in der Präsentation, liegt wahrscheinlich an dem Rechner, aber das ist ein zweites Beispiel für das, was ich eben nannte, 4D. Also wir planen mit Catwork unsere Holzbauten und das ist dann eine Montageablauf dargestellt und es gibt verschiedene Programme. Das war das, was eben nicht funktioniert hat. Ein Programm Seapoint, mit dem ich dann auch hinterlegen kann, wie weit der Baufortschritt ist. Nicht nur für die Montage, sondern auch hinterher für den Innenausbau und so weiter. Also es gibt eine... Es besteht die Möglichkeit einer kompletten Zeitplanung über das Modell und das immer angeglichen an den tagesaktuellen Stand. 5D. Wir können aus einem Architekturmodell, was nach den entsprechenden Vorgaben eingegeben ist, gibt es dann Programme, die direkt, die zum Beispiel jetzt im Holzbau, die Wände, die Decken, das Dach, alles auslesen kann und dann in dem eigenen Programm mit Preisen hinterlegen kann. Also alles basierend auf diesem vorgegebenen 3D-Modell. Für mich das Entscheidende ist, dass es ein Umdenken in der Zusammenarbeit bedeutet, BIM. Unser tägliches Brot ist das, was wir links haben. Jeder spricht mit jedem, aber keiner weiß ganz genau, was die beiden untereinander oder die drei oder die vier besprochen haben. Es ist bei uns im Büro fast bei jedem Bauverhaben so, dass wir nicht die letztdültigen Informationen haben, dass wir nicht alle Informationen haben, dass der Statiker mit dem Prefstatiker schon wieder irgendwas besprochen hat, was wir wieder nicht wissen, was wir dann wieder in neuen Fragebezeichnungen nochmal machen müssen und so weiter. Also der komplette Prozess sieht meistens so aus. die Idee von BIM ist, dass der Informationsaustausch über ein Modell, über das Modell in der Mitte und über einen, der das Ganze koordiniert funktionieren soll. Das werde ich gleich nochmal vertiefen und alle, die auch in dem linken Bild zu sehen sind rechts, sind rechts, aber die können auf dieselben Informationen zugreifen und können ihre eigenen Informationen zu diesem Modell hinzufügen. Um deutlich zu machen, dass BIM ein ganz breites Feld ist, nochmal zwei, vier Fachbegriffe. Einmal gibt es ein Closed BIM, in dem ich mit einer Software arbeite, in dem alles enthalten ist und damit schließe ich mich ein. Oder das, was ich favorisiere und was auch hoffentlich sich durchzusetzen wird, ein Open BIM, dass es Schnittstellen gibt, dass alle mit ihren verschiedenen Softwaren zusammenarbeiten können. Das zweite, Little und Big BIM bedeutet, dass man beim Little BIM in einer Disziplin mit verschiedenen zusammenarbeitet, zum Beispiel im Holzbau, dass ein Büro das Dach macht und die anderen die Wände zum Beispiel. Oder Big BIM, das ist dann das vollendete, also Open und Big BIM, das ist so die Idealvorstellung, dass jeder mit jedem, mit verschiedenen Software arbeiten kann. Noch zwei weitere Begriffe. In der Praxis in Deutschland ist BIM noch sehr wenig angekommen, dass Sie jetzt eine Ausschreibung bekommen. Das kann schon sein, dass in der Ausschreibung drinsteht, das Gebäude soll nach BIM geplant werden oder mit BIM geplant werden. Dann würde ich als erstes zurückfragen, was bedeutet das? Wie tief soll das eigentlich sein? Weil der Auftraggeber, es muss ausgeschrieben werden, dass der Auftraggeber erstmal seine Informationsanforderungen formuliert. Das heißt, er muss ganz genau sagen, was will er mit der BIM-Methode erreichen? Und das Zweite ist, dass dann meistens gemeinsam ein BIM-Projektablaufplan gemacht wird. Das heißt, der Auftraggeber, der Bauherr, Architekt und die Beteiligten, die einigen sich über Ziele, Rollen, Leistungspiller, Qualitätskontrollen. Das heißt, es gibt eine Phase Null vor den normalen Hawaii-Phasen, um das überhaupt zu besprechen und dann kann erst nach BIM und mit BIM geplant werden. Um das mal zu zeigen, das müssen Sie jetzt nicht durchlesen, können Sie auch nicht, das ist so ein kompletter Projektablaufplan und ich habe mal oben links das so ein bisschen rausgezogen, das ist der erste Schritt. Das heißt, es gibt schon einiges, was mittlerweile theoretisch geplant wird, es werden auch schon einige Projekte damit umgesetzt, aber für Sie ist eigentlich wichtig, wenn jemand sagt, planen wir das Ganze oder bauen wir das Ganze nach BIM, dann muss erst mal klar sein, wie viel BIM ist BIM. Ein anderes Beispiel, es geht um Schnittstellen oder es geht bei der Zusammenarbeit im Prinzip um Schnittstellen, also ich bin Partner bei 81.5 AG, wir haben da eine Arbeitsgruppe Großprojekte und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Großprojekt mit einem Auftraggeber, das heißt, der den Auftrag angenommen hat, die Arbeitsvorbereitung, die Fertigung und die Montage, das sind ja die Schritte im Holzbaubetrieb, wenn das mit verschiedenen Firmen gemacht wird, wie können wir zusammenarbeiten, wer ist für welche Phase verantwortlich, wie muss die Abstimmung laufen, wer muss nur informiert werden, wer muss zustimmen, das habe ich als Beispiel reingenommen, um zu zeigen, das ist auch eine Form von BIM, das ist eine Zusammenarbeit an einem Projekt mit Arbeitsvorbereitern und Holzbauern, die gemeinsam ein großes Projekt machen und da geht es halt um die Schnittstellen, wer ist wofür verantwortlich. ein ganz einfaches Beispiel, BIM, das ist aus unserer Praxis ein Blockhausunternehmer, der seine Wände selber plant und wir planen seit 20 Jahren für die die Decke und das Dach, die sichtbaren Bauteile und wir arbeiten mit verschiedener Software zusammen, also die Arbeit mit HSB-Card, wir arbeiten mit GetWork, wir schicken das immer hin und her und bis wir zum Schluss kollisionsfrei an unsere zwei unterschiedlichen Ab- und Anlagen die Sachen geben kann. Das ist eine Form von BIM, die wir mit dem Betrieb seit 12 Jahren schon machen, so lange machen wir mit denen BIM. Auch eine andere Form von Schnittstelle, wir hatten den Aufstieg, der Architekt hat ein völlig verwundenes Dach sich ausgedacht, auch wieder mit einem Software Rhino, mit der mal so verwundene Flächen, machen kann und darunter gab es ein gemauertes oder betoniertes Gebäude und wir haben dann den Auftrag bekommen den Holzbau zu machen, das haben wir gemacht, aber gleichzeitig müssen wir dann dem Massivbauer, dem Maurer angeben, wie die ganzen steigenden Wände aussehen müssen. Also es ist auch eine Form der Zusammenarbeit, der frühzeitigen Zusammenarbeit, um so ein, das sind Einfamilienhäuser von jemandem, der viel Geld hatte und was ausgefallenes haben wollte, hat Spaß gemacht. Also unsere Aufgabe war oder meine sportliche Herausforderung war, das ganze Dach ohne gebogene Bauteile zu machen. Das sind alles gerade Hölzer und das haben wir hinbekommen. So, jetzt kommen wir zum Kern. Das, was ich eben schon mal kurz sagte, dass oft die Vorstellung ist, alle arbeiten zusammen an einem Modell. Das ist nicht Praxis und das wird auch die nächsten zehn Jahre nach meiner Einschätzung nicht Praxis werden, sondern es gibt einen BIM-Koordinator, es gibt ganz viele Begriffe, ganz viele neue Berufe, BIM-Menscher, BIM-Koordinator und noch drei, vier, fünf andere. Es gibt auch mittlerweile viele, die in dieser Richtung ausbilden wollen, weil das ein neues Geschäftsmodell ist, aber in Wirklichkeit braucht man jemanden und das kann der Architekt sein, Voraussetzung ist aber, dass man 3D plant und das ist eigentlich die originäre Aufgabe des Architekten, diesen BIM-Koordinator zu sein. Das heißt, es gibt in der Mitte erstmal ein Entwurfsmodell vom Architekten, aber 3D, nicht 2D. das wird an alle Beteiligten gegeben. Wie viele Beteiligte es gibt, je nach Größe des Baufarbens können das ganz viele sein. Also das heißt, es gibt den Statiker, es gibt für Elektroplanung jemand, für Haustechnik, Lüftungsplanung kommt von jemandem, wenn es ein Holzbau ist, dann Holzbauplaner noch dazu. Alle Fachplaner rundherum ergänzen das Entwurfsmodell mit ihren eigenen Planungen. Das heißt, der Elektroplaner, der plant seine Steckdosen und seine Leitungen, gibt seine Planung an den Koordinator wieder zurück, das ist alles in dem BIM-Ablaufplan festgelegt, wie oft man sich zusammentut, virtuell, also man muss nicht immer wieder zusammenkommen, sondern man schickt das per Mail und der BIM-Koordinator fügt alle, einmal in der Woche, alle zwei Wochen fügt er alle Modelle zusammen und dann gibt er Rückmeldungen an alle Beteiligten, wo es knirscht, wo die Lüftungsleitung mit dem statischen Unterzug zusammenkommt und so weiter. Der BIM-Koordinator, der gibt nur, der macht so Fähnchen dran, so Notizzettel, wie man aus Windows kennt, die kommen an das einzelne Modell, an die Rückmeldung dran und dann kann der Elektroplaner seine Steckdose verschieben. Der BIM-Koordinator verschiebt nichts, sondern jeder einzelne Fachplaner verschiebt, eine Woche später geben alles wieder und dann guckt er wieder, dann lässt er wieder eine Simulation drüber laufen, eine Kollisionskontrolle und so weiter, bis alles funktioniert. Das ist Praxis, das funktioniert und das funktioniert mit vielen Programmen. Als ich das zum ersten Mal vor längerer Zeit bei mir im Büro über BIM erzählt habe, haben direkt drei, vier meiner Mitarbeiter gesagt, ich bin ja schon seit 15 Jahren BIM-Koordinator. Im Holzbau machen wir ja nichts anders. Wir kriegen die Elektroplanung, meistens auf dem Schmierzettel, aber wir kriegen sie und dann fügen wir das Ganze zum Gebäude zusammen. Von daher bin ich ja der Meinung, wir können alle BIM. Damit wir es in Zukunft besser können, brauchen wir Schnittstellen, die funktionieren. Das war eben die Frage nach der Software. Es ist nicht unbedingt eine Frage nach der Software, sondern es ist eher eine Frage nach den Schnittstellen zwischen der Software. und die Branche hat sich geeinigt auf IFC. Eigentümer von IFC ist Building Smart. Die arbeiten an den Schnittstellen für alle verschiedenen Gewerke. Ich bin auch verbandspolitisch aktiv für den Holzbau und wir sind dabei, dafür zu sorgen, dass der Holzbau auch berücksichtigt wird, dass zum Beispiel Schwalbenschwanzanschlüsse, Zapfen und sowas nicht verloren geht, was im Moment noch der Fall ist. Also wenn man mit IFC Baufarben hin und her schiebt, sind die Schwalbenschwänze weg. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das funktioniert, weil es gibt eine Untergruppe Krankenhausplanung, die haben noch ein bisschen mehr zu tun, als Schwalbenschwänze zu programmieren. Das ist ein Beispiel aus unserer Praxis, dass wir BIM-Koordinator sind, wir bekommen die Architektur und dann fangen wir an, unsere eigenen Planungen alle einzuarbeiten, was wir beim Einfamilienhaus machen, können wir beim Mehrfamilienhaus machen. Oder Krankenhäuser habe ich noch keins in Holz gebaut, aber Kindergärten und Schulen, da funktioniert es. Neben dieser IFC-Schnittstelle, die hier oben ist, gibt es natürlich angefangen, an Datenformaten fangen wir mit Papier und mit PDF an, dann gibt es DXF und DWG, was verbreitet ist, aber was 2D-Übergabe-Formate sind. Also es werden Flächen übergeben und keine Volumen. Hier geht es dann schon auf Volumen, SAT, SDP, aber hier wird es daraus hinauslaufen, IFC ist die Schnittstelle, da kommt jetzt die 4.0 als nächste raus und BCF, das ist diese Rückmeldung der Schnittstelle, das heißt diese Fähnchen, diese Notizzettel, das ist BCF, ist beides von Buildingsmart gemacht. Ein großes Problem bei der ganzen Planung ist, das was ich eben schon mal sagte, dass alle ihre Produkte in Katalogen hinterlegen, das heißt zum Beispiel der Türenhersteller, der macht jetzt die Tür so, wie sie fix und fertig ist und Sie als Architekten sagen in der Leistungsphase 2, ich möchte jetzt meinen Entwurf machen und setze die Tür ein und schon habe ich Rundungen, habe ich Glas, meinen Entwurf schon unheimlich aufgebläht durch die Produkte. Die Idee ist, dass es Reduzierung gibt, programmtechnisch, dass man, wenn man in der Leistungsphase 3 und 4 ist, dass da eine Tür so aussieht und erst hier die Tür vollständig ist und das ist dann noch das, was ich eben meinte, die Dokumentation, es ist doch wieder eine andere Tür eingebaut worden, die müssen wir dann zum Schluss auch wieder ins Modell setzen. Das wird also noch ganz spannend, da haben wir auch jetzt schon in der täglichen Praxis Probleme mit, dass wir Informationen bekommen, insbesondere wenn Rundungen drin sind, wir machen zum Beispiel Stelle, Boxenlaufstelle, da müssen wir ein paar Pfosten und ein paar Koppelfetten und ein paar Binder machen, wir bekommen aber immer für jede Kuh diesen Liegeplatz und die Datei ist so groß, da warten wir eine halbe Stunde, bis wir die überhaupt einlesen können und verkleinern können. Das funktioniert noch nicht, also das Ganze nennt sich Level of Detail, also in welchem Detaillierungsgrad irgendwas zu welchem Zeitpunkt gemacht wird. Der Vorteil von BIM, den ich auf anderen Vorträgen höre, wenn ich nicht hier vorne stehe, sondern im Zuschauerkreis sitze und da nicht Leute aus dem Holzbau, sondern aus allen anderen Gewerken sind, die erzählen immer von Kollisionskontrolle aller Gewerke. Das mache ich mit meinem Büro seit 20, 25 Jahren. Es gibt also nichts, was rausgeht, ohne dass immer wieder eine Kollisionskontrolle gemacht wird. Ist natürlich ein Riesenvorteil. Es gibt Software, auch jetzt hier, es gibt eine Software, Solibri Model Checker, das ist die führende Software, auch wenn, ich verdiene nichts daran, aber ich bin der Meinung, das ist die führende Software, um Kollisionskontrollen alle verschiedenen Gewerke zusammengeführt zu machen, aber wo die Reise hingeht, will ich noch gerade sagen, dieser Solibri Model Checker, der überprüft nicht nur, ob es Kollisionen gibt, sondern wenn ich der Tür sage oder wenn ich dem Flur, dem Raum Flur sage, du bist ein Fluchtweg, dann überprüft der Solibri Model Checker, ist die Fluchtweglänge okay oder ist der Flur zu lang? Sie schlagen die Türen in der richtigen Richtung auf. Wenn ich hinterlegt habe, ich will barrierefrei haben, dann guckt der bei jedem Radius oder bei der Toilette und beim Eingang, überall komme ich mit meinem Rollstuhl da rum. Es geht so weit, es gibt weltweit ein Land, da gibt man den Bauantrag digital ab, da gibt man das Modell ab und eine Software überprüft, ob der Bauantrag genehmungsfähig ist, also ob das Modell genehmungsfähig ist und das ist Singapur. Also in Singapur können sie ihr Modell abgeben und dann sagen die ja oder nein, bis das in Deutschland so weit ist. Wir haben wahrscheinlich ein paar mehr Gesetze, die wir einhalten müssen, so schnell ist es noch nicht, aber das zeigt, wie weit die Digitalisierung in diesem Bereich fortgeschritten ist. Was sich verändern wird, ist, das ist ein Beispiel, BIMkatalogs.net, da sind ganz viele Sachen hinterlegt. Hier ist zum Beispiel ein roto Dachflächenfenster, es gibt noch BIMobject.com als zweite Katalogdatei, die sind etwas größer, aber die sind mir zu viel auf eine Software-Richtung, die wollen nur Revit, nur AutoCAD, die AutoCAD-Richtung gehen, also nicht Open BIM, sondern Close BIM. Deswegen empfehle ich lieber diese BIMkatalogs.net, da ist auch sehr viel hinterlegt. Was der Uwe eingangs sagte, zur Einfachheit, im Holzbau sind wir ja so kreativ, aber nicht einfach, wir haben ja tausend verschiedene Wandaufbauten, es wäre schön, wenn wir da zu einer Reduktion kämen, das wird unser Leben einfacher machen und das Bauen einfacher machen und das dritte als allgemeine Aufgabe Open BIM. So, wo stehen wir im Holzbau? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, durch unser Tachimeter oder Laseraufmaß sind wir unheimlich weit. Wir machen schon seit Jahrzehnten 3D-Eingabe, 2D-Ausgabe, Listenausgabe, Materialbestellung aus dem Modell raus, die Maschinenansteuerung, das Bauen berücksichtigen, Kosten und Zeiten haben wir auch schon im Modell drin. Das heißt, das, was die anderen alle erzählen, was der Vorteil von BIM ist, machen wir schon lange. Gefahren, einmal durch Auftraggeber vorgeschriebene Software, es ist zum Beispiel im Infrastrukturbereich bisher schon so passiert, dass Revit als Autodesk-Programm sich durchgesetzt hat, wenn sie für die Bahnhöfe planen wollen, also diese offenen Haltestellen, müssen sie mit Revit planen. Wäre für uns im Holzbau eine Katastrophe, wenn wir nur noch mit einem Programm arbeiten dürften, eins, was auch keinen Holzbau kann oder schlechter. Dann die Verlagerung von Planungsaufgaben zum Holzbau ist sowieso schon gang und gäbe, aber die Gefahr ist dann noch größer. Die Entwicklung zu GU-Vorgaben, also wenn Sie auch als kleine Büros oder kleine Holzbaubetriebe, sollten Sie sich mit BIM beschäftigen, weil sonst werden irgendwann immer mehr GU-Verträge gemacht werden, weil es natürlich einfacher ist, mit weniger Leuten zu sprechen und dieser Mehraufband durch die Nachbearbeitung des Modells, wie es gebaut ist, da ist einfach nicht geklärt, wer pflegt das nach. Die Vorteile, jetzt auf den Holzbau bezogen, der Holzbau profitiert von der Steigung der Planungsqualität aller Fachplanungen, ist meine Hoffnung, aber auch meine Überzeugung. Der Holzbau wird früher in die Planung einbezogen, bin ich auch sicher, setzt sich auch nach und nach durch, egal, im öffentlichen Bereich sicherlich noch nicht so schnell, weil das einfach bestimmte Vergabeverfahren gesetzt sind, aber privat werden mein Büro als Holzbauplanungsbüro frühzeitig einbezogen. Erstplanen bedeutet weniger Termindruck und Steigerung des Gewinns und mehr Spaß bei der Arbeit für uns alle. Ich hoffe, dass ich die Angst vor dem BIM nicht verstärkt habe, sondern ein bisschen nehmen konnte. Danke. 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 Vielen Dank.